J.S. live Meine Damen und Herren, Herbie Hancocks Headhunters im Sendesaal von Radio Bremen. Sie hören den größten Teil eines Konzertes vom November des vergangenen Jahres. Herbie Hancock, Pianist und Komponist, bekannt durch seine Musik für Antonionis Film Blow Up, brachte als Gegenspieler den Saxophonisten Benny Maupin mit. Die Rhythmusgruppe, er selber am Klavier meist elektrisch, Mike Clark, Schlagzeug, Paul Jackson, Bass und Bill Summers, Perkussion. Die Kompositionen meist von Herbie Hancock oder von der Band. Die Arrangements gleichfalls. Die Namen Spanker Lee, Maiden Voyage, Hornets, Shakir und Chamäleon. Wir blenden uns in das Konzert ein. Applaus Spannende Musik Das war's. 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 Das war's.